Interessante Frage. Ja, aus meiner Sicht ist es ein Trendthema und es hat Zukunft zugleich. Trendthema, es gibt wahrscheinlich kein Magazin oder kein Internetforum, wo man nicht über Agilität irgendwas liest. Das ist natürlich auch positiv und negativ zugleich, weil damit ein bisschen ein Hype einhergeht. Zukunft hat es aber aus meiner Sicht, weil es gerade die wichtigen Dinge der Unternehmen für die Zukunft adressiert, nämlich die Beweglichkeit, die Marktorientierung, die Kundenorientierung und dass man sich immer an diese Bedürfnisse anpasst. Das heißt, Agilität ist für mich beweglich und Stabilität zugleich und ich glaube, das ist für Organisationen und Unternehmen in der Zukunft entscheidend. Meine Aufgabe als Geschäftsführer ist es, die RMData erfolgreich in die Zukunft zu führen, vorauszudenken, wohin wir uns entwickeln. Wie ich vor 25 Jahren in die RMData gekommen bin, waren wir neue Mitarbeiter und in dieser Zeit sind wir gewachsen, wir haben uns weiterentwickelt, wir haben immer wieder unsere Organisation angepasst. Wir sind jetzt 90 Mitarbeiter bei der RMData. Da bedarf es auch neuer Strukturen, neue Organisationen. Und Agilität war für mich eine Möglichkeit, wie wir erfolgreich in die Zukunft gehen, indem wir selbstständige, agile Teams einführen und diese für den Erfolg oder an den Erfolg dann arbeiten für die RMData.